Musik Mein Name ist Paula Klemm, ich bin 15 Jahre alt und spiele Cello. Seit 14 Jahren habe ich Unterricht an der Musik- und Kunstschule Achan-Oberkirch. Schon als Kleinkind habe ich in den Musikkehrverkursen und in der musikalischen Früherziehung erste Erfahrungen mit Musik machen können. Seitdem ist das Musizieren ein wichtiger Teil meines Lebens. Mein Name ist Jakob Scherzinger und ich leite die Musik- und Kunstschule Achan-Oberkirch. An unserer Musikschule werden derzeit knapp 2000 Schülerinnen und Schüler aus dem Acher und Rennchtal unterrichtet. Wir sind eine Einrichtung, die jedem offen steht, der Freude am Umgang mit Musik hat. Durch Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen schafft unsere Musikschule einen breiten Zugang zur musikalischen Bildung. Bereits Kleinkinder werden in unseren Kursen im Elementarbereich an die Musik herangeführt. Dabei stellen die Lehrkräfte immer den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt des musikalischen Bildungsprozesses. Musik Das Cello-Spielen ist seit vielen Jahren mein Hobby. So konnte ich schon Preise beim Wettbewerb Junkmusiziert gewinnen und viele tolle Konzerte miterleben. Besonders Spaß macht mir das gemeinsame Musizieren mit anderen Leuten, zum Beispiel im Ensemble oder im Orchester. Mit unserem Streichquartett proben wir einmal in der Woche. Dazu kommen die Proben im Orchester und das Üben zu Hause. Bei Konzerten trete ich gern vor Publikum auf. Auch zu Hause musizieren wir oft bei Familienfeiern oder an Feiertagen. Musik Musik Das Erlernen eines Instrumentes ist ein langfristig und nachhaltig angelegter Bildungsprozess. Unabhängig ihrer musikalischen Vorlieben finden alle Menschen an unserer Musikschule das zu ihnen passende Instrument. Dabei spielen das Alter oder eine Vorerfahrung keine Rolle. An unserer Musikschule sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene unabhängig ihrer sozialen oder ethnischen Herkunft die Chance auf ein qualifiziertes und breit angelegtes Angebot musikalischer Bildung haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020